ja hallo und herzlich willkommen beim poky schön damit immer wieder auch meinen kanal gefunden habt ich habe ja vor einiger zeit ich glaube acht monaten war das habe ich mal ein video gemacht track book oder tack box wie geht das wie funktioniert das habe ich auch normalerweise eigentlich meiner wissen noch gut erklärt wir klicken hier mal pause das was ich nicht erklärt habe worten kommentar da war für die martin lockern hallo wäre auch schön wenn du mal erklären könntest wie das bei track bus funktioniert wenn man eine tour erstellt hat beziehungsweise noch vielleicht zu beachten hat okay dann versuchen wir das mal eine tour erstellen bei track books fangen wir damit haben wir sind im spiel das ist natürlich auch falsch wir müssen erst das spiel beenden entschuldige dass so das spiel ist beendet gehen wir auf dem desktop ich benutze google chrome jemand haben auf eine seite dann gehen wir bei track books auf der seite firmen profil track box so jetzt müsst ihr natürlich so wie ich direktor sein wieso ist das bild weg da ist es ja oder der red focus inhaber oder wie die anderen bei uns disponent dann geht ihr auf disposition lieferung hinzufügen ich möchte jetzt im poky eine lieferung auf die nase drücken lieferung hier zufügen fragt was nehmen wir da alkoholfreies bier ist zwar nicht so mal mein ding der ablauf 12 stunden 24 das könnt ihr halten wie ein dachdecker vorgeben das land ist deutschland starten wir ich glaube ich stehe in osnabrück puffala stadt osnabrück firma euro guti sagen wir mal wir wollen in welches land sagen wir mal diesmal diesmal in die schweiz die stadt ist bern die firma wo wir abgeben auch euro guti ist so das müsst ihr alles einstellen hier habe ich ja nach und nach erklärt dann drücken wir auf senden so da seht ihr die frage jetzt alkoholfreies bier von osnabrück bis nach bern dann können wir eigentlich aus dem browser wieder raus einmal schließen dann drücken wir hier auf den klienten gehen wir mal rein drücken disponenz da steht das alkoholfreies bier für mich von osnabrück nach bern machen wir akzeptieren ja genau jetzt müsst ihr ein profil auswählen ich habe ja mehrere profile aber ihr müsst da schon das richtige nehmen gehen wir mal ein das porky das müsste eigentlich richtig sein da gucken wir leider mal hinzufügen der auftrag wurde zu deinem profil hinzugefügt du drückte ok drauf dann startet ihr multiplayer oder single player das könnte halt wie ein dachdecker dürfte noch nicht runterfallen hahaha so das war jetzt ein bisschen laut entschuldigung bitte gehen wir mal auf sim 2 73 leute schon drauf am frühen morgen ok das porky ich hoffe ich habe jetzt das richtige profil erwischt geht 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 so dann gucken wir doch mal unter aufträge aufträge osnabrück ziehen käse schokolade jacht alkoholfreies bier von osnabrück bis nach bern von euro gutis nach euro gutis 22 tonnen ans navi eingeben so na komm schon haben wir schon lichtern weil sie ja auch falsche seite gelenkt ja heute habe ich das speziallenkrad dran oder so da fahren wir mal eine euro gutis oder wackelt der benz es ist vorbei aber gerne mal so aufträge mein alkoholfreies bier da steht ihr schon das fahr ich gleich zum müllkippe bestätigen wir mal na 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 annehmen da steht doch schon unsere fracht und schwuppkiwuppki haben wir unser alkoholfreies bier dran so einfach ist das ja es ist alkoholfreies bier nach bern supi hast du toll gemacht walkie und andere punkte so was natürlich noch zu achten ist der zwei darf nicht an sein ich weiß nicht wie das aussieht mit dem raustappen aber ich beende das spiel meistens immer zweitens möchte man dazu sagen man kann ja mehr frage nacheinander stellen zum beispiel ich fahre von osterburg jetzt bären und vom bären was was ich noch bergen dann vom bären bis der pibepo da müsst ihr nicht erst aus dem spiel raus ihr könnt mehrere frage nacheinander stellen so es geht in single player es geht auf sim 12 aber nicht auf promos auf promos funktioniert das ganze nicht okay ich glaube jetzt habe ich alle informationen rausgehauen wie das alles funktioniert ich bedanke mich für euch damit ihr mal wieder hier gefunden habt nicht vergessen mich zu abonnieren liken und sonst so die standardsprüche kennt ihr ja ich bedanke mich fürs zuschauen bei bei bis nächstes mal